Dann können wir endlich ausbrechen aus dieser Hölle. In der wir gefangen sind. Oh, draus hier. Oh, ich liebe das. Das ist, äh, ein bisschen... Wichtiger Testapparat, zerstört. Ja, toll. Ich liebe das hier. Ich liebe das einfach. Okay. Und los geht's. Jetzt muss... Jetzt darf ich bloß nicht durcheinander kommen, welche Portale ich hier schieße. Wieder das blaue Portal. Ah, ich liebe das. Das ist so geil. Wie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Aber erst danach. Aptcha. Da, 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 da. Ja, jetzt müssen wir eigentlich in der letzten Kammer sein. Lade Daten. Ich frage mich, was die letzte Kammer war. Äh. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was in der letzten Kammer war. Was war denn da? Na, wir werden's gesehen. Kammer 19. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Ich weiß gar nicht, was in der letzten Kammer war. Gut. Was? Oh ja, das war einfach. Jetzt springen wir hier mal drauf. Super, wow. Wichtiger Test-Arper hat verstört. Voll in die Fresse, fuck. Ja, jetzt müssen wir den Knopf drücken, dann geht das da auf. Dann können wir in einem Portal dahin. Scheiße. So, und jetzt einfach nur noch warten, bis das hier herkommt. Wie das anfängt zu laggen wegen diesen dämlichen... Ich weiß gar nicht, worum es anfängt zu laggen. Egal. Oh, hier, deswegen. Unscheinend. Tja, so scheiße geht's ja. Du wirst nie wieder aus dieser Falle rauskommen. Nie wieder. So, ach verdammt, äh, 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 mach mal hier, da. Und ich glaube, da kann ich mich da draufstellen. Ganz genau. Gut, es fängt irgendwie an zu laggen, wenn ich zu nah an dem... Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Appertur-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Ja, toll, aber ich nicht. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Apperture Science. Oh, oh. Ende. Ach, Ende, danke. Ähm, komm schon. Gib mir ein bisschen Fläche zum Portal machen. Was machen Sie da? Schluss jetzt. Ich, 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 wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Mhm, genau. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Ja, nee, ist klar. Wir geben einer Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ja. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Ich habe das übrigens mal versucht, ich habe mich da hingestellt und gewartet, dass aber niemand gekommen ist. Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich darf es fühlen. Hallo? Hallo? Falls Sie die Stimme gerade ein bisschen komisch gehört haben. Das ist so. Die redet gerade so komisch. So, äh. Ich mache das hier gerade ein bisschen schneller, weil ich dumm bin. Weil ich, äh, ja, wie gesagt, ich habe das Spiel halt schon durchgespielt. Und ehrlich gesagt, ich habe gehofft, dass, äh, ich ein wenig die, äh, Dinge vergessen habe, wenn man es macht. Nur leider, leider, leider habe ich nichts davon vergessen, wusste genau, was ich tun muss. Und zum Glück ist das kaputt gegangen. Äh, ja, deswegen hat das jetzt hier nicht wirklich lange gedauert. Wie gesagt, Portal ist eigentlich auch kein WTF. Ist auch kein wirklich langes Spiel. Was machen Sie denn? Das kann man in ein paar Schiefen flichzocken. Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Übrigens spiele ich hier gerade... Hallo? Ist da jemand? ...weniger als eine Stunde. Oder doch eine Stunde. Doch eine Stunde, ja. Ich spiele eine Stunde. Und rein hier. Wuhu. Kubus. Ah. Gib mir, gib mir, gib mir Kubus. Nein, Kubus. Oh. Oh. Boah, mir ist schwindelig. Okay. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Hier sind wir wieder. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Oh je, der Kuchen ist abgeschnitten. Ich hab gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nicht. Es ist einfach, dass Sie mich machen wollen. Warum hab ich Leben verloren? Ihr Schweine, ihr habt nicht auf mich gewartet. Dafür werdet ihr bösen. Äh. Wenn ich mich recht erinnern, muss ich jetzt auf diese Malze drauf. Äh. Mensch, jetzt bist du ja. Äh. Wie war denn das? Äh. Ich gebe einfach nur auf. Und versuche. Ah. Okay. Alles gut. Jetzt hier drauf. Kuckuck. Jetzt hier rüber. Und springt. Verdammt. Jetzt nur noch hier rüber. Und dann komm ich hier raus. Oh oh. Das muss so geil. Das muss einfach so geil sein, eine Portal Guns machen. Das ist so richtig. Da kommt man gar nicht mehr klar, wo oben und unten ist. Ich glaube, ich wäre so verwirrt mit so einer Portal Gun. Würde irgendwann überhaupt nicht mehr wissen, was oben und unten ist. Äh. Boah. In Portal 2 ist das sowieso krank. Ich glaube, da hatte ich manchmal wirklich vergessen, wo oben und unten ist. Nee, ist schon richtig. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Doch, doch. Geht, geht. Hallo. LOL. Okay. Die gehen anscheinend ganz hoch. Wusste ich jetzt nicht. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Ich denke da, vielleicht. Ich denke. Okay. Oh, ich kann auch so drauf, okay. Äh. Was muss ich hier? Glaube ich. Äh. Wie kann ich denn jetzt da hin? Kann ich denn ein Portal schießen? Ja, kann ich. Boah, das war knapp. Und dann. So, dann. Hier lang. Hinter den Kulissen des Aputure Science Labors. Hat es nicht auch Spaß gemacht? Als diese Plattform in die Feuergrube hinabfitt und ich sagte, bis bald. Und sie rief. Oh nein. Und ich dann wieder, sie haben doch so getan, als ob. Das war toll. Ja, das war ein Traum. Das war, ich hab mir das schon immer gewünscht. Äh, nein. Das war ein Fail. Ich hab das falsche Portal geschossen. Verdammt. Hat es nicht auch Spaß gemacht? Als diese Plattform in die Feuergrube hinabfitt und ich sagte, bis bald. Und sie riefen. Oh nein. Oh nein. Und ich dann wieder, sie haben doch so getan, als ob. Das war toll. Oh, das war ich, 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 wow. Ich träume noch davon. Ich bin hier. Dich zu grieven. Glados. Das ist mein Schuss. Was wäre das? Witte. Ähm. Deine Führung. Nee, ich muss da. Was hier? Mit dir? Äh. 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 Ich, ich bin jetzt einfach mal da. Ich hoffe, das ist richtig. Geht die Tür auf? Nein. Bleibt. Okay. Schätze ich mal. Warte, was ist der Punkt? Okay. Dann einfach mal. Die Fresse halten. Nee, so. Hätte ich dieses Ding gar nicht dafür gebraucht. Oh nein. Ja, da werde ich es nicht schaffen, auf jeden Fall. Hier sind Sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Dann muss ich doch. Es ist noch nicht zu spät. Ich bin nicht böse. Das war meine größte Saison. Das ging böse auf uns. Äh. Muss ich. Muss ich. Nichts. Jetzt musst du mich hier rutschen. Hä? Nee. Wo geht's? Wo geht's rein? Mit dir? Ich gehe auf die Seite. Darf ich? Äh. Okay. Das muss ich machen. Ich darf. Ah ok, lol, gut dass ich gerade erst brutal geschossen habe, soll ich das alles nochmal machen was? Das wäre nicht gut. Ich schätze jetzt einfach mal ich muss hier runter. Alles klar, wir sind wirklich hinter den Kulissen, das ist richtig. Hier gehen die ganzen, sie tun mir wirklich leid. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man damit nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen, und lachen, und lachen. Oh man, der, kommen Sie noch einfach zurück. Nee, danke, geht schon. Ich habe hier hinten so meine Freude, dass es geht. Lade Daten Äh, ich weiß gar nicht wie lange es noch geht. Eigentlich das Spiel müsste bald zu Ende sein. Es kann eigentlich gar nicht mehr lange dauern. Da war das eigentlich wirklich ein, äh, rush. Also, ich glaube so schnell habe ich Portal noch nie durchgezockt. Ich habe mal, glaube ich, drei Stunden dafür gebraucht. Da war ich wohl ein bisschen langsamer. Lol. Ist mir nicht hier runter gefallen. Nein. Nein, 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 nein. Das war so klar. Das war richtig klar, dass das passiert. Das war richtig klar, dass das passiert. Na du? Oh oh. Hier rein. Wo auch sonst? WTF? Wie soll ich da rein? So, vielleicht. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Wie kannst du das nicht? Gute Menschen landen nicht hier. Fahre hoch. Hören Sie mich? Sie schlafen. Ich will runter. So, jetzt müssen wir da oben hin. Äh, wenn man hier irgendwo ein Portal hinschießen könnte. Äh, wenn man hier irgendwo ein Portal hinschießen könnte. Äh. Ja. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das Rohr geht. Auf das Rohr geht. Okay, dann kann ich hier rüber springen. Perfekt. Und dann gehen wir jetzt hier durch. Oh, da ist schon wieder ein anderes. Ich hoffe, hier kommt nicht noch mehr durch. Oh, jetzt darf ich hier springen. Oh, geil. Ich liebe das. Hier einfach. Und. Oh, ich liebe einfach diese Portal Sprünge. Das ist Ihre Schuld. Boah, ist die Leute. Alter, ist die Leute. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Nicht so laut. Ich töte sie. Und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Oh, warte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hallo. Mach erstmal hier kaputt. Ah, dass, ich weiß, das andere Mal war. Ich weiß, das andere Mal war.